Mein Name ist Andreas Kerkhoff. Ich bin der Chef des Hotels Appelbaum in Gütersloh. Wir führen das Haus seit mittlerweile über 70 Jahren. In der Hotellerie, nicht nur beim Thema Waschen, ist Verlässlichkeit natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Wir haben von Beginn an unseres Hotelbetriebes Waschmaschinen der Firma Miele im Hause und natürlich dann auch nicht nur die Waschmaschinen, sondern die Wäsche muss ja auch getrocknet werden, dann auch dementsprechend die Trockner dazu. Und bei diesen Maschinen ist es so, dass wirklich jeder Mitarbeiter auch damit problemlos arbeiten kann, ohne eine große Einarbeitung zu haben, weil vieles auch selbsterklärend ist. Man weiß eigentlich sofort, welche Knöpfe man drücken muss und durch die Bedienung an den Maschinen steht eigentlich automatisch schon, was ich als nächstes machen muss. Auch in dem täglichen Betrieb mit der Reinigung der Maschinen, wenn da mal irgendwo Flusen sitzen, die man dann vielleicht noch mal raus machen muss, ist das alles sehr gut durchdacht. Ja, Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiger Aspekt, weil wir ja auch einige Maschinen im Betrieb haben. Sie sind nicht anfällig für Reparaturen, also sie laufen einfach durch und dann noch die hohe Energieeffizienz sind wir hier eigentlich ganz weit vorne. Wir sind mit der Firma Miele und den Waschmaschinen, die wir haben, sehr zufrieden. Es gibt für uns keine andere Wahl.